schnipp platsch platsch so also oma machen wir hier 1 nein ich brauche noch eine noch eine hindu kusch dann muss ich heute aber definitiv noch mal wieder kommen denn sonst war das alles umsonst und das also dass das wollen wir nun überhaupt nicht ja da ist mir doch glatt der dünger umgefallen quasi so und jetzt hätte ich auch noch die materialien für das letzte mal da muss halt nur die schokolade fertig werden und ich werde natürlich keinen diamanten benutzen schauen wir doch mal hier rein vielleicht ist ja es ist ein zugevent vorbei wir haben sogar platz 1 gemacht also wir ha 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 ich habe gar nichts damit zu tun gehabt die anderen oder nur felix da weiß ich ja nicht ob ihm jemand hilft weiß ich immer noch nicht deine zugbelohnungen werden innerhalb von 30 min bei deinem zeitungsstand eintreffen ok alles abholen eine legendäre bahnkiste eigentlich ganz hübsch sieht zwar aus als wäre es irgendwie der schminkkoffer von einer 8 jährigen sollten die schon sowas haben ich weiß es nicht aber sehr kind sehr kindisch finde ich wegen den farben also wir haben plastik hanfplastik wir haben kartons mit fragile drauf wir haben hier förderbänder wir haben wasserpumpen ist glaube ich controller diamonds schlüssel 312.120 geld ganze shoulder na ja und in der globalen bestenliste steigen wenn natürlich auch also wir ha 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 interessant sagt ok gut kann ich jetzt hier was abgräben nein da fehlen wie immer die kartons aber alles andere habe ich Ist ja auch schön, dass ich das noch aufheben konnte, obwohl ja eigentlich mein Schuppen mehr als voll ist. Da kann man jetzt wahrscheinlich nicht mal mehr drin treten. So, du werd doch mal fertig, achso, das bringt mir ja gar nichts, weil die Schokolade auch noch gar nicht fertig ist. Da frage ich mich gerade, ob das nicht sinnvoll wäre, an der Stelle vielleicht zwei Diamanten zu benutzen, um das zu beschleunigen. Patsch, Patsch, Diamonds. Gerade, wo ich jetzt hier nochmal zwei kassiert habe, ach guck mal, hier kriege ich sogar noch zehn weitere. Also, wenn ich da bleibe, wo ich bin, was muss man hier machen? Achso, einfach, ah ja, ah ja, was haben wir hier? Na gut, da wird nicht viel passieren, also noch nicht, aber eventuell. Geil. Und da? Ja. No. Hä? Händler? Indica-Gärtner? Und... Hä, krass, hier ist zweimal, zweimal dasselbe quasi. Oh, warte, ich hab noch was anderes geiles gesehen. Guck mal hier, Patsch, ich kann hier so ein Köfferchen holen. Da krieg ich eine Plastikkiste, heißt ja hier Tragetasche. Und dann gibt's wieder eine 1 episch legendäre Hanfblüte. Sowas macht einen glücklich. Glücklich. Okay, also die Schokolade ist ja jetzt gleich schon fertig. Hm. Dann benutze ich vielleicht für die nächste 1, 1 Diamanten. Dann verliere ich nämlich nur 1 statt 2. Und dann kann ich die nächste Runde Bravniers anstoßen. Aber das ist ja tatsächlich auch gar nicht so wild, denn ich muss ja eh darauf warten, dass der Kram da fertig wird. Also eigentlich brauche ich... Ja, eigentlich brauche ich denn Diamanten... Brauche ich gar keinen Diamanten benutzen. Deswegen werde ich's wohl vermutlich auch gar nicht machen. Ah, welche Überraschung. Ich bin froh, dass mir das im Moment immer schön ein... Sofort auffällt, wenn die Kamera ausgeht. Hm. 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 Ja, gut. Achso, genau. Kann ich nochmal... So, dann haben wir jetzt hier das dritte Mal Honig. Dann haben wir insgesamt 6 Mal Honig. Wie oft brauchte ich... Tut mir so leid, dass ich mir das nicht merken kann. Aber... Das ist auch genau der Honig, den ich dann noch brauche. Das heißt, das ist in der Produktion. Das ist in der Produktion. Und das ist in der Produktion. Was jetzt hier noch fehlt, ist... Ähm... Afghani. Das heißt, Töpfe, die frei sind, werden mit Afghani vollgestopft. Vollgestopft! Mit Afghani vollgestopft! 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 Und auch hier... Kommt eine Afghani in den Topf. In den Topf. Eine Afghani in den Topf. 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 Stopf. Gut. So. Das sieht doch aus. Als wäre ich auf dem besten Wege dahin einmal diesen Bonus zu kassieren. Für 6 von den täglich gemachten Aufgaben. Erledigt. Guck mal hier. Kann ich direkt. Pampf. Weg mit das. Da sind nur noch 3. Geil und so. Ich habe jetzt aber vergessen, was ich da gerade... Das waren Downnuts. Krasse Downnuts. Und noch irgendwas. Ich hoffe, ich habe jetzt meine Pläne nicht durchkreuzt. Aber vermutlich nicht. Hm. Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Okay. 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 Jetzt verschwindet die Scheiße endlich. Ja, hau ab. Scheiß Rotorblatt! So anders nerven! Nervt doch wo anders!